Los geht's! Was man nicht alles macht, um Fan zu werden. Das ist alles für den Fan. Läuft? Läuft. Warte, ich will das nochmal mit dem Foto machen. Wenn die Aufnahme läuft, kann man das glaube ich nicht machen. Ach so, nur so, okay. So mittendrin. Wenn die Aufnahme läuft, macht man eine so und machst du nur Fotos. Setfotos. Setfotos. Robot. So, bist du soweit, Marc? Na klar. Der Roboter. Der Vogel. Und die Spinne. Die Beatles. Willst du nochmal reinkommen? Nee, lass mal. Na komm, Beschissene kann es nicht sein. Doch. Kann. Kann. Okay. Gut. Muss ein bisschen zu mir kommen, glaube ich. Wäre gut, wenn du nicht drüber fahren würdest. Tschakka, tschakka, tschakka. Ja. Bist du auch ein Tänzer mal gewesen, oder? Nee, Lombardo. 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 Lombardo, alles. Kannst du alles. Ja. Ja. Das, was du machen musst, wenn du lachen musst und nicht aufhören kannst, sagst du einfach öfter mal hintereinander. Brot. Brot. Das drückt dein Zwerchfell nach unten an. Richtig jetzt? Brot. Ja. Dann kannst du aufhören. Es funktioniert super, merklich gerade. Brot. 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 Was war das denn jetzt? Brot. Kann ich gar nicht, wenn ich nicht locker bin. Ja. Das lockert den Mund beim Sprechen. Brot. Brot. Okay. Ich fang an. Alle Konsonanten. Sag mal alle Konsonanten. alle Konsonanten. Nein. Ja, hast du toll gemacht. Ich muss mal gerade röpsen. So eine Scheiße ist natürlich nicht. Woher ist denn das?